Lachmöwen sind kleine Möwen, die nicht nur an der Küste, sondern auch an vielen Seen, Sümpfen und Flüssen zu beobachten sind. In diesem Video lernst du die Lachmöwe anhand von Aussehen, Ruf, Lebensweise, Verbreitung und viele mehr genauer kennen. Los geht's! Starten wir aber wie immer mit dem Aussehen. Lachmöwen werden 35 bis 39 Zentimeter groß und erreichen dabei eine Flügelspannweite von knapp einem Meter. Sie sind sogenannte Zwei-Jahres-Möwen, sprich sie benötigen zwei Jahre, bis sie ihr Alterskleid das erste Mal anlegen. Starten wir von ganz jung und arbeiten uns langsam zum Adultkleid oder dem Alterskleid vor. Im Dunenkleid sind sie als braune Federbüschel am Boden gut getarnt. Als flügge Jungvögel sind sie dann bis zu ihrem ersten Herbst im Jugendkleid zu beobachten, welches auffällig silberbeige-schwarz meliert ist. Über den ersten Winter mausern sie in das erste Winterkleid, das schon mehr grau im Flügel ist, aber immer noch einige braun-beige Flecken hat. In ihrem ersten Sommer, sprich in ihrem zweiten Kalenderjahr, sind die Lachmöwen dann schon mit dem typisch schokoladenbraunen Kopf zu sehen, wobei die Flügel noch wie im ersten Winter aussehen. Dann noch ein Schlichtkleid über den zweiten Winter, bevor sie dann im dritten Kalenderjahr im Frühling in das erste Prachtkleid mausern. Im Schlichtkleid haben die Lachmöwen einen auffälligen Fleck hinter dem Auge am Ohr. Danach geht es im zweiten Frühling bzw. im dritten Kalenderjahr also in das erste Prachtkleid. Dann haben sie ihre typische schokoladenbraune Kapuze mit dem dunkelroten Schnabel, graue Flügel sowie eine schwarze Flügelspitze, einen weißen Keil an der Vorderseite des Flügels sowie einen weißen Schwanz. Sie haben einen weißen Ring um das Auge und rote Beine. Ab dem Moment sind adulte Lachmöwen von etwa Februar bis August im Prachtkleid oder auch Brutkleid zu sehen, von August bis Februar in etwa im Schlichtkleid bzw. im Winterkleid. Das Ganze hört sich auf den ersten Blick vielleicht etwas kompliziert an, ist aber mit etwas Übung auch gut im Feld zu erkennen. Vielleicht schaust du dir den ersten Teil des Videos am besten einfach noch einmal an. Lachmöwen sind in ganz Europa heimisch und in Deutschland ganzjährig zu sehen. Bei uns sind Lachmöwen Teilzieher, die zum Teil im Mittelmeerraum oder an unseren Küsten und Seen überwintern. Zum Teil bleiben sie aber auch einfach dort, wo sie brüten. Die nördlichen und nordöstlichen Populationen ziehen überwiegend nach Mittel- und Südeuropa zum Überwintern. Anders als man es vielleicht erstmal vermutet, kommen Lachmöwen nicht nur an der Küste vor, sondern auch an vielen Binnengewässern. Sie sind deshalb an vielen großen Seen, an Flussmündungen, in verschiedenen Feuchtgebieten und eben auch an der Küste zu sehen. Zur Nahrungssuche verlassen sie gerne aber auch mal das Gewässer und sind dann auf Äckern, Weiden und Wiesen zu beobachten. Lachmöwen ernähren sich vor allem von Würmern, Fischen, Krebsen, Insekten, aber auch von menschlichen Abfällen und Früchten. Lachmöwen werden mit dem Erreichen des Prachtkleides geschlechtsreif, wobei die meisten erst ein oder zwei Jahre später erfolgreich brüten. Sie führen eine monogame Saison-Ehe. Lachmöwen brüten in Kolonien von ein paar wenigen Paaren bis hin zu mehreren tausend Brutpaaren an Flussufern, Seen oder an der Küste, am oder im Wasser. Dazu bauen sie ein primitives Nest am Ufer oder schwimmend auf dem Wasser, in das meist drei Eier gelegt werden. Die Eier werden etwa 22 Tage bebrütet, bevor die Jungen schlüpfen. Die Jungen sind keine wirklichen Nestflüchter und werden etwa vier Wochen von beiden Elternteilen am oder im Nest gefüttert, bevor sie dann langsam flüge und selbstständig werden. Lachmöwen brüten in Deutschland mit etwa 100.000 bis 160.000 Brutpaaren. Sie hatten in den letzten Jahrhunderten erst starke Zunahmen, dann wiederum starke Abnahmen durch Intensivierung der Landwirtschaft, das Schließen von offenen Mülldeponien, Veränderung von Wasserhaushalten und dadurch das Verschwinden von Verlandungszonen. Im Moment ist der Trend leicht negativ und man vermutet, dass die Lachmöwe eher eine Verliererin des Klimawandels sein wird und viele Teile der Verbreitung einbußen wird. Hören wir uns jetzt noch den Ruf der Lachmöwe an. Sie sind sehr stimmfreudig und gerade in Brutkolonien kann es ohrenbetäubend laut werden. Das war's auch schon wieder zur Lachmöwe. Schau dir doch als nächstes eines dieser Videos an. Ich danke dir fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.